Oh, wild, aber ich hoffe es regnet bald nicht, naja, am Freitag regnet das, ähm, habe ich kein Problem, bis dahin ist alles hoffentlich abgemäht, hier beginnt es schon wieder, hier ist es schon wieder fertig, ich bin schon gespannt, wenn ich diese Videos hier hochklade auf YouTube, ob sich das ein paar Leute angucken, aber immerhin verpassen sie ja, äh, den Stream hier, und ich will hier einfach mal aufs Dach drausspringen, nein, komm, aufs Dach drausspringen und wenn, sehen was passiert hier, der dann, ha, ich kann uns vielleicht hoch und runter, jetzt bei der auch, oh, jetzt war ein bisschen spät, aber, wir können einfach mal gucken, wie teuer eigentlich so ein Traktor hier, als, wir haben eigentlich die, die Pfanne hier rum, 406 am Tag, also es ist ja, das kommt eigentlich fast besser mit dem Böhre, oder, der ist zwar teurer, ein New Hollander, mal gucken, wir haben den 105, 105 und 143, 105, 143, 105, 143, 105, 143, 105, 143, also der hier, 260 am Tag, also ich hole mir dann am besten so ein, also ich hole mir dann am besten so ein, 1009, wir gucken einfach mal weiter, 140 ist wie zu viel schon, ja, und die haben wir hier, die sind ja wieder hier jetzt zu groß, also der, welcher war das hier, der Uranus, kenne ich gar nicht, aber, ähm, wie es aussieht, ist es besser, also ich glaube, ich kaufe jetzt mal ein Uranus und verkaufe dann mal ein Deutz, oh, naja, fast gleich, also den hier werde ich vorher als nächstes verkaufen, mir fällt gerade ein, oh, 42%, ähm, wo wir bleiben hier drunter sitzen, 42%, 43%, bei 80% komme ich dann dann wieder angefahren, hm, verkaufe dann, weil dann mache ich ja auch wieder Plus, äh, Betriebskosten für Fahrzeuge, das ist doch schon, 1000 Euro ist ja schon, eine hohe Menge, so, ein bisschen müde bin ich heute, keine Ahnung warum, so, die schreibt überhaupt nicht mehr, schauen wir einfach mal, was sie macht, äh, wir warten ja jetzt eigentlich nur noch hier, darauf, weil ich möchte nicht hier ungern reingreifen, vor allem, weil ich, schief fahre, und deswegen fahre ich auch, wenn wir, mal zu, mehreren spielen, auch ungern hier, oder, nur wo es gerade ist, also flach ist, ich habe keinen Körper, ähm, ich bin ein Geist, ah, ah, ist das ein kleiner Sitz, Sitz, kann man die Frau dann mitnehmen, die dann so drauf sitzt, blöööö, da rein, und wofür ist das da drüben, Landwirte da draußen, schreibt mir, was das für ein Knopf da drüben ist, oder das Schalter, sonst kann ich mir eigentlich alles vorstellen, okay, der hat hier keine großen Bewegungen, so, wir halt sind bei der Maschinen, ja, sind auch schon weit, so, gehen wir nochmal in den Chat hinein, und schauen uns mal an, ach, Leute, schreibt, ihr könnt doch immer mal ein bisschen schreiben, ich aktualisiere es mal, und kann mal schauen, ähm, ach, Leute, 5 Leute, 5 Follows, ach, mein Herz, es freut sich, ich hoffe, natürlich, jetzt kackt es nicht ab, wenn ich mal kurz auf YouTube gucke, talädchen Fす, ich gehe Timothy, mal Theater, L die Musik Ash., ап